Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es bei mir mal hier rum und wir sehen auch schon, das ist eine Lampe, eine Halogenlampe, aber keine normale. Und zwar hat diese Lampe hier eine Leistung von 400 Watt, deswegen auch die relativ dicken Blühfäden. Ja, die ist jetzt runtergedimmt auf etwa 80 Watt und ist da noch relativ dunkel, aber ich stehe hier jetzt schon völlig in der Hitze und schwitze sogar schon relativ doll. Aber zumindest das hier ist eine 400 Watt Halogenlampe, die habe ich nochmal im Keller ausgegraben. So sieht das Ganze aus, wenn ich den Autofokus verändere. Ja, so eine Lampe mit so einem Reflektor und auf einem Stativ, aber das Ganze hier wackelt schon so ein bisschen und wird auch wirklich mächtig heiß. Ja, das kennt man ja inzwischen mit den LEDs eher weniger, solche Halogenlampen mit so enormer Leistung. Da verwendet man dann eher doch Gasentladungslampen. Zumindest wäre das eine Leistung, die man so etwa für Straßenbeleuchtung nutzen könnte. Fast heller als die typischen Straßenlaternen, die ich hier bei mir in der Straße habe. In großen Straßen sind die wahrscheinlich heller. Wir haben hier irgendwie 80 Watt HQL. Das hier ist 400 Watt Halogen. Und man könnte hier diese Halogenlampe mit 400 Watt ersetzen durch eine 40 Watt LED. Und das ist doch Wahnsinn. Dann hätte man dieselbe Helligkeit, auch wenn ich diese schöne Lichtfarbe. Das muss man sagen. Es gibt bisher noch keine LED, die so schön leuchtet wie eine Halogenlampe oder wie eine Grühlampe. Aber ich denke, auch das wird sich noch ändern. Die Farben, die Farbtemperaturen und die Farbwiedergabe wird ja schon immer besser bei den LEDs. Und ja, das ist diese Lampe, wie gesagt, im Moment noch runtergedimmt, die ich mal zeigen wollte. Weil ja, man sieht es doch inzwischen sehr, sehr selten, dass es hier ist wie so eine Art Baustrahler, würde ich sagen. Da ist es auch relativ praktisch. Die Dinger gab es mit oder gibt es teils immer noch. Ich glaube, sie sind ja inzwischen verboten. Aber die kann man alle immer noch kaufen als sogenannte bruchfeste Spezialglühbirne, die man im Alltag angeblich nicht nutzen darf. Also diese Glühbirnen sind noch zu kaufen und die gibt es mit 400 Watt, 200 Watt, auch mit 100 Watt, glaube ich, sogar mit 60 Watt. Und als höchste Leistungsebene dann 1000 Watt. Wobei ich glaube, das würde diese Lampe hier nicht mitmachen. Die hier ist sogar noch relativ neu. Das sieht man auch, wenn ich die ausmache, dass da kaum braune oder schwarze Verfärbung ist. Ja, ich habe die Lampe jetzt ausgemacht. Da sehen wir jetzt auch nochmal den super dicken Glühfaden. Ja, so sieht die ausgeschaltet aus. Kaum Wolframoxid ist drauf auf dem Glaskolben. Wobei, das passiert bei Halogen-Glühbirnen ja eh nicht so schnell. Das passiert eigentlich fast nur, wenn ein Loch drin ist und das Halogen-Gas entweicht und die dann betrieben wurden. Und dann gehen die natürlich binnen weniger Sekunden kaputt. Zumindest so sieht das Ganze auf. Und ich werde das Ganze jetzt nochmal kurz auf volle 400 Watt machen. Ja, hier sehen wir den Dimmer. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Wobei, ja, man muss sagen, das kommt aus dem Keller. Da ist das Ganze halt etwas staubig. Aber die Kabel und alles ist noch gut. Und wenn wir hier hoch machen, sehen wir jetzt auch schon, es wird hier hell. Und nun zeige ich mal die Lampe mit einer Leistung von 400 Watt. Die Kamera kriegt das nicht runter geregelt. Und ich habe auch Angst, dass das für die Kamera hier fast zu heiß ist, so nah wie ich dran stehe. Weil, ja, es ist hier richtig heiß. Und ich bin jetzt schon im Fokus voll auf der Glühbirne. Und die Kamera kriegt das nicht runter geregelt. Das weiße Bild über die Helligkeit ja relativ aussagelos ist. Werde ich das Ganze jetzt nochmal an einer Wand zeigen. Hier sehen wir nun eine Wand, die fast zwei Meter entfernt ist. Im Moment ist die Lampe aus und ich werde sie jetzt mal langsam hochfahren mit dem Dimmregler. Noch sieht man nichts. Nun ist die Lampe an und nun sind wir auf 400 Watt. Ja, und das macht doch einen ganz schönen Unterschied. Ich gehe jetzt nochmal langsam runter. Ja, jetzt sieht man kaum noch was. Es ist aber trotzdem noch relativ hell. Und jetzt ist aus. Ich werde das Ganze nochmal am Wattmeter zeigen. Ja, hier sind wir jetzt momentan bei 398 Watt. Also doch eine ganze Menge. Neulich war ich, also vorhin war ich sogar bei 402 Watt. Ich weiß auch nicht, warum das so stark schwankt. Es wird doch immer weniger. Das ist nur noch kein geeichtes Messinstrument. Das ist hier von Rossmann so ein billiges Messgerät. Daran kann es natürlich auch liegen. Trotzdem so um die 400 Watt sehr viel Leistung. Und hier sehen wir auch schon in der kurzen Zeit, die ich hier gesprochen habe, habe ich schon 0,029 Kilowattstunden verbraucht. Was doch relativ viel ist. Man kann hier wirklich in Echtzeit zugucken, wie die Zahl hier ansteigt. Eben ist es wieder umgesprungen. Jetzt habe ich 0,03 Kilowattstunden verbraucht. Was doch, finde ich, relativ viel ist für die kurze Zeit. Also normal kann man eigentlich sagen, dass man diese Lampe nicht mehr verwenden kann. So, ich habe jetzt auch wenn ein bisschen chaotisch nochmal die Konstellation Lampe neben Wattmeter hinbekommen. Ja, das ist sehr chaotisch. Fällt ja auch alles auseinander. Ich musste die Lampe hinlegen. Die wird hinten zum Glück nicht sehr heiß. Deswegen funktioniert das gut. Die ist hinten kalt. Nun habe ich das Wattmeter wieder aufgehoben und nun können wir mal die Lampe hochfahren. Beim Hochfahren springt sie erst relativ spät an. So, nun ist sie angegangen und wir sind hier bei 134 Watt. Das ist etwa der Moment, wo die Lampe angegangen ist. Und sie ist relativ dunkel. Die ist irgendwie in den unteren Leistungsebenen, wahrscheinlich wegen den dicken Blühträten, sehr ineffizient. Ja, wir sind hier jetzt schon bei 211 Watt. Es ist sehr heiß und hell, gehen noch höher, 249 Watt. Und nun sind wir auf den 400 Watt. 395 sagt er hier. Und nun gehe ich nochmal langsam runter. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Lampe auf 100 Watt bringen. Wir sind jetzt bei 264 Watt und es ist deutlich dunkler geworden. Jetzt sind wir bei etwa 200 Watt, sogar, nee, etwas weniger. Aber jetzt sind wir so grob bei 200 Watt, sogar relativ genau. Und sie ist relativ dunkel. Ich würde sagen, jetzt ist sie so hell wie eine normale 100 Watt Glühbirne. Und wenn wir sie auf 100 Watt bringen, ist das Ganze wirklich eine Funzel, muss man sagen. Wir sind immer noch drüber und es ist jetzt wirklich nicht mehr hell. Es ist sehr dunkel. 104 Watt, das sind jetzt so etwa 100 Watt. Und man muss sagen, das hat lange nicht die Helligkeit einer normalen 100 Watt Birne. Also auch so gedimmt kann man die Lampe schwer verwenden und im Dimmer geht kaum Leistung verloren. Gucken wir mal, wie weit wir die runterbringen können. 87 Watt, es wird immer dunkler. 58 Watt, ja, es ist jetzt sehr dunkel. Also das kann man kaum noch als Beleuchtung gebrauchen. Das ist jetzt etwa vielleicht wie eine 25 Watt Birne. Und nun ist aus. 0 Watt. Jetzt ist sie ganz plötzlich ausgegangen. Ich kann sie nochmal anmachen und sie dann nochmal langsam runterbringen. Sie brummt auch ganz schön. Ja, jetzt bin ich auf 37 Watt, also etwa 40 Watt und ich würde sagen, das entspricht etwa höchstens einer 10 Watt Lampe. Da braucht der Augefokus noch nicht mehr doll runterzuregeln, wie man sieht. Also die ist jetzt wirklich sehr dunkel, ob ich sie noch weiter runter bekomme. 26 Watt, da sieht man jetzt so mit bloßem Auge ohne Probleme die Glühfäden. Auf der Kamera wirkt es deutlich heller als in Wirklichkeit. Und nun 9,1 Watt haben wir hinbekommen. Ich weiß auch nicht, wie gut das ist für die Lampe. Ja, so sieht das nun aus, wirklich extrem dunkel. Und nun zeige ich nochmal eine Abschaltung aus voller Leistung, denn das ist ja eigentlich immer der schönste Moment bei einer solchen Glühbirne. So, 400 Watt und nun schlagartig auf 0. Ja, wir haben gesehen, es hat wirklich ganz schön lange nachgeleuchtet. Und das war es mal wieder mit meinem kleinen Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.